Ja, hallo und herzlich willkommen zur Raw Review und zwar vom 8. April 2019 und zwar die Raw After WrestleMania 35, so ziemlich die größte Raw Ausgabe des Jahres aus New York City, New York im Barclays Center und am anderen Seite natürlich wie immer der Micha. Guten Tag. Ja, nach längerer Zeit mal wieder eine Raw Ausgabe und diesmal kann man sagen ein bisschen spezieller, weil die Raw After Mania ist ja schon ein bisschen spezieller als die anderen Raw Ausgaben, kann man sagen. Ja, es ist so meistens die Nacht der Titelwechsel. Einige Debüts oder Returns finden meistens statt und so die ersten großen Segmente dann in Bezug auf neue Storylines für den nächsten Pay-Per-View werden hier meistens gebuckt. Ja, man kann ja sowieso sagen, dass das quasi auch Start der neuen Saison ist, quasi New Season, weil WrestleMania immer eigentlich ein Pay-Per-View ist, wo man quasi, man kann sagen, das Staffelfinale hat und dann die Raw auf der Mania ist quasi so, dass der Anfang einer neuen Saison quasi, was man ja auch teilweise auch gemerkt hat und ja, wie gesagt, dies immer wieder was Spezielles, habe ich auch live gesehen, von daher, wie gesagt, Raw After Mania, man muss ja auch sagen, die Crowd ist da auch aktiver als sonst, man merkt das ja, da sind ja ziemlich die ganzen Smart Marks am Start. Ich muss mir ja sagen, dass das so, Barclays Center war ja vor, oder ich glaube, das war sogar einer anderen Arena, glaube ich, wo die Raw After Mania stattfand, 2013, wo dann vor ein paar Jahren das quasi für mich meiner Meinung nach angefangen hat, wo die Crowd so richtig aufgefallen ist, also After WrestleMania 29, wo mir die Crowd zum ersten Mal so richtig aufgefallen ist mit ihren ganzen Chants und mit der Stimmung und das seitdem jedes Jahr so am Start war. Angefangen hat die Show mit dem neuen Universal Champion Seth Rollins. Ja, der hat dann jede generic Babyface-Promo aller Zeiten gehalten, bis dann halt eben New Day ihn unterbrochen hat. Die haben natürlich einen riesen Pop gekriegt, weil eigentlich keiner damit gerechnet hat, dass Kofi Kingston hier heute da sein wird. Ähm, finde ich auch interessant, dass Kofi Kingston, ganz klar, der Auferste war auch nicht unbedingt New Day selber, weil es kam ja auch erst Big E und Woods raus und die Crowd hat gefeiert und dann kam Kofi hinterher und dann sind sie richtig eskaliert. Also Kofi auch mit Abstand der Auferste am ganzen Abend, also noch Overer wie Becky Lynch oder äh, Seth Rollins. Und ich hatte ja gesagt, na man muss gucken, wie man Kofi jetzt bookt, ob er Legitim-Champion bleiben kann oder ob man es lassen sollte. Ähm, ich meine in dem Segment Big E war ganz besonders wacky ähm, und Xavier Woods auch ziemlich wacky, aber Kofi Kingston war schon der Ernstere und das ist schon mal ein richtiger Schritt in die richtige Richtung und das hat mir schon mal ganz gut gefallen. Also jetzt wenn sie ihn so weiter booken, dann kann ich definitiv auch damit leben, wenn Kofi Kingston Champion bleibt. Wenn er, sage ich mal, der legitime Teil von äh, New Day bleibt. Also er kann ja auch ein bisschen rumwacken, aber er soll jetzt nicht den Big E machen quasi, äh, weil es wäre scheiße. Und ähm, ähm, es bietet natürlich auch eine perfekte Grundlage dann für ein Heel-Turn von allen Seiten. Auch Kofi Kingston könnte dadurch ja Heel-Turn, wenn er immer, wenn er dann sagt, ey, ich bin jetzt Champion, ich muss den Titel verteidigen und kann jetzt so ein Bullshit hier die ganze Zeit machen, wie jetzt ein Big E, der einfach mal ein Spagat auspackt. Ähm, und ja, aber wie gesagt, die kam halt raus und haben halt ihre, ihre Promo gehalten, haben halt rumgewackied und am Ende kam dann halt raus, dass Kofi Seth Rollins zu einem Winner-Take-All-Match herausgefordert hat, weil es ja gestern Abend schon bei WrestleMania so toll war, dass Frauen-Winner-Take-All und das hat Kofi Seth Rollins auch zu einem herausgefordert und Seth Rollins hat natürlich angenommen und deshalb soll es hier heute Abend dann, äh, Winner-Takes-All geben, Universal-Title gegen WWE-Title. Ja, am Anfang, wie gesagt, Seth Rollins kam raus, hat schöne Chants bekommen, hat so ein bisschen eine Promo gehalten, hat dann auch zum Low-Blow sich geäußert, wo auch die Crowd auch, ich glaub, Balls Kick-In oder so gechantet haben, fand ich auch ganz nett und man auch damit so angeteasert hat, dass Brock Lesnar jetzt auch nicht mehr am Start ist erstmal, was jetzt nicht schlecht ist, ähm, weil dann Kofi Kingston rauskam und du hast richtig gesagt, dass er halt so ziemlich der Auferste war, ist mir auch aufgefallen und ich war erst mal überrascht, als ich das gesehen hatte, so was macht ein Kofi Kingston auf einmal hier, ähm, dann die Promo, ja, ich fand's unterhaltsam, also ich hab viel gelacht, ähm, du hast es schon gesagt, Kofi Kingston war ja so ziemlich der Ernstere von den Dreien, was ich auch gut fand, äh, Axel Woods und Big E sind ja richtig abgegangen, Big E mit einem Spagat, äh, Axel Woods war Brock Lesnar ein bisschen verarscht hat und die ganzen Promos, also es war ganz nett, ganz lustig, fand ich, auch am Ende wo dann auch, äh, Big E und Axel Woods den Theme von, ja, Seth Rollins so nachgespielt hat, da musste ich mich auch kaputt lachen, das war auch ganz lustig, muss ich sagen, dann die Promo an sich, ähm, wie gesagt, Kofi Kicks mit der Ansprache, hab ich auch schon mal gedacht, okay, was haben die jetzt vor, die wollen jetzt ernsthaft, das ist jetzt Unification und so weiter und da hab ich auch schon gedacht, oh je, beide haben ihren großen Moment kassiert und ich will eigentlich momentan nicht, dass beide ihren Titel verlieren oder irgendwie eine Unification in dem Sinne stattfindet und, ja, nach einer gewissen Spot, den es ja dann gab, hab ich mich schon gedacht, okay, da wird irgendwas passieren, also es wird gar keinen Titelwechsel geben, das hab ich am Anfang gedacht kurz, aber als ich da einen Clip gesehen, hab ich gedacht, nee, da wird jetzt, wird es auf keinen Fall passieren und, ja, interessant, Kofi Kicks als WWE Champion, hast du schon gesagt, ein bisschen ernst darüber gekommen, äh, find ich gut, macht man momentan in die richtige Richtung, wie gesagt, Big E und Axel Woods waren so wie immer, fand ich auch unterhaltsam und so, ich hab mich schon unterhalten gefühlt, ich hab's genossen, war zu dem Zeitpunkt ein schönes Anfangssegment und ich hab mich schon unterhalten gefühlt tatsächlich. Also mir war klar halt, dass dir irgendeiner eingreift im Main Event, da hätte ich, also das, darauf hätte ich gewettet, die Frage war halt nur, ob's was Gutes wird oder was Schlechtes, ob jetzt Anisputed Era kommt oder halt Jinder Mahal ungefähr, ähm, ja, ganz so schlimm war's nicht, aber es war schon, ja, ganz fertig, egal, es ist die Post-Raw-Wrestlemania, es ist der Zeit für Neuanfänger, also gibt's das WWE-Tech-Team-Teil-Rückmatch von Wrestlemania, Hawkins und Ryder gegen Revival, war okay, war nicht so gut wie bei Wrestlemania, Hawkins und Ryder waren auch mit Abstand nicht so over wie bei Wrestlemania und, ja, hatten so ein solides 10-8-Minuten-Match da und Roll-Up-Finish gegen Dawson, das war ganz smart gebuckt, dass Revival wieder verliert, aber nicht wie die größten Vollspacken aussieht und das war okay. Ja, war in Ordnung, kann man sagen, also 10 Minuten, die jetzt nicht wehgetan haben, Kurt Orkins und Zack Ryder haben nach 10 Minuten wie ein Roll-Up gewonnen, war in Ordnung, es gab diesmal keinen Titelwechsel und Zack Ryder konnte einen Titel verteidigen bei der Post-Raw. Das fand ich gar nicht schlecht, dass man, weil jedem war ja klar, dass der Titel wechselt und dass es da nicht gemacht hat, das war mal wieder ein guter Swerve, sag ich mal. Eine Überraschung, sag ich mal, im positiven Sinne. Dann haben wir Baron Corbin, der rauskam, hat sich natürlich damit gebrüstet, dass er die Karriere von Kurt Angle beendet hat und ihn gleichzeitig auch noch besiegt hat. Angle kam dann raus, hat dann gesagt, yo, ich wünsche dir Glück und dann halt Bad Luck und hat ihn in den Ankle-Lock genommen, der hat dann getappt, ist dann abgehauen und, ja, Kurt Angle hat sich ein bisschen feiern lassen und dann kam jemand raus, der eigentlich schon vor Monaten hätte kommen sollen, Lars Sullivan. und hat dann Kurt Angle so einen Slam gegeben, so eine Arju Ranagi, hat ihm den Diving Headbutt vom Toprop gegeben und hat gut Heat gekriegt und das fand ich gut. Also Sullivan ist eine, vom Aussehen her, eine sehr, wie soll man es sagen, sehr legitime, sehr interessante Figur, sag ich mal, weil er sieht schon krasser aus wie jetzt ein Braun Strowman, weil Braun Strowman geht halt in die Höhe und Lars Sullivan ist halt doppelt so breit wie ein Braun Strowman in die Breite und deshalb sieht er natürlich nochmal ein bisschen mehr aus wie ein Killer und der hat halt so gefühlt eine Wade wie Kurt Angle im Körper und, ja, also es war schon cool und hat funktioniert. Mal gucken, was man mit dem Kerl macht. Ich denke, das ist so der klassische Vince McMahon, Big Man, der halt jetzt sechs Wochen on top gepusht wird, dann ein Title-Match kriegt, das verliert und dann wird er wieder verjobbt. aka Braun Strowman 2 Braun Strowman, Ryback, gab es ja einige schon. Gab einige, dem Umpf, den er gemeint hat und den er gezeigt hat, war der Freak Accident. Richtig, aber der sah ja nicht so traumhaft schön aus. Ne. Lars Sullivan, wie gesagt, hast du ja schon richtig gesagt, sollte eigentlich vor Monaten kommen, kam er nicht, weil er Panikattacken gekriegt hat vor seinem, ich meine, ich glaube, vorm, ich weiß nicht, ob das Anfang des Jahres oder Ende des Jahres, ich weiß nicht, wann er debütieren sollte. Warte, letztes Jahr, glaube ich. Warte, letztes Jahr, okay. Feiner. Also er sollte eigentlich debütieren, so gesehen, und es soll ja geplant gewesen sein, eine Fede gegen John Cena und hat dann Panikattacken bekommen und hat dann, oder wurde dann mehr oder weniger rausgeschrieben, jetzt hat er eine Auszeit gekriegt und die WWE hat sich ja gut um ihn gekümmert. Es ist zumindest mal gut, dass er das überwunden hat und jetzt hoffentlich nichts passieren kann, weil das ist nie eine coole Sache. Ähm, meint man auch gar nicht, wenn man sich anguckt, immer so, er und Panikattacken, hm, traut man ihm jetzt nichts zu, aber anscheinend hat er das, ist gut, dass er das überwunden hat, kam jetzt raus, äh, hat ein bisschen Heat gekriegt, das, denke ich, tut ihm gut und mal sehen, was man wieder macht. Äh, ich, ich weiß jetzt ehrlich gesagt jetzt nicht, wie gut er ist, weil er jetzt lange raus war. Klar, er hat so gesehen ein Five-Star-Match vorliegen, aber da waren ja auch andere Leute dabei beim Leather-Match letztes Jahr. Von daher mal gucken, wie er so drauf ist, warten wir einfach die nächsten Wochen ab. Also, der Finisher sieht schon nicht schlecht aus, aber ich denke mal, kann man was mit ihm in den nächsten Wochen machen. Also, ein richtiges Monster darstellen und so, ein paar Leute zerstören, hat er dort, denke ich mal, in den nächsten Wochen ein Tor, dass er so Squash-Matches bekommt. Und dann vielleicht bald seine erste richtige Fede bekommt, die er dann vermutlich auch gewinnen wird. Also, man kann schon viel mit ihm machen, wenn er halt, ich weiß nicht, wie gut er im Ring ist, das habe ich jetzt nicht mehr ganz im Kopf, aber wenn er jetzt in Ordnung im Ring ist, dann kann man mit ihm was Gutes anfangen. Für nächste Woche wird der Superstar-Shake-Up announced. Und danach hatten wir Alexa Bliss gegen Bayley. Alexa Bliss hat ihr Return hier gefeiert nach einigen Wochen. hat Bayley nach zwei Minuten besiegt und, ja, Punkt. Zum Match kann man nicht viel sagen, war halt da. Ja, Bayley wird direkt verjobbt, nachdem sie den Titel verloren hat. Sascha Banks war nicht zu sehen. Da merkt man schon, mit wem man mehr vorhat und mit wem man weniger Watt vorhat. Ja, ich finde es eigentlich immer in Ordnung, wenn man Singles-Wrestlerinnen gegen die Tag-Team-Wrestlerinnen quasi gewinnen lässt, weil, wenn Bayley ein Singles-Match verliert, sage ich mal, ist es wurscht. Wichtig ist ja, was er im Tag-Team mit Bayings macht. Nur ist halt so ein Standard-WWE-Booking so von wegen, ja, muss es Bayley sein, weil es hätte jeder andere sein können. Hättest du auch eine Alicia Fox hinstellen können. Ja, obwohl die ja momentan keinen guten Standard, nachdem sie anscheinend irgendwann mal besorfen bei einem Live-Event geworkt hat. Okay, dann natürlicher Fox, dann halt, äh... Dana Brooke. Nee. Äh. Äh, hm. Wer ist denn Shitty? Live-Morgen? Wir hatten gestern 18 Leute in der Battle Royale und mir fällt gerade keine einzige ein, die man nehmen könnte. Weiß ich nicht. Fällt mir auch gerade keiner spontan ein. Mann, es muss doch irgendeine Alte in der Battle Royale gegeben haben, die ganz schnell eliminiert wurde. Egal. Auf jeden Fall irgendeine andere halt. Zur Not nimmst du halt irgendein lokales Talent, irgendeine Indie-Dame oder so. Scheißegal, aber es muss ja eine der Top-Akteurinnen sein, ja. Oder es kann auch eine Terrier sein, mit der du jetzt eh nichts mehr machst die nächsten sechs Wochen. Ähm, aber gut, ich meine, im Endeffekt regt man sich hier zu Unrecht auf oder nicht zu Unrecht, aber zu überflüssig auf, weil das ist die WWE. Bayley kann diese Woche in zwei Minuten verlieren und nächste Woche gewinnst du den Tag hier gefühlt. Ja. Und deshalb, sage ich mal, haken wir den Rotz ab. Zwei Minuten haben wir eh schon drüber geredet, das ist länger wie das Match. Ja. Und deshalb kommen wir jetzt zur Becky Lynch-Promo, die auf jeden Fall interessanter war wie das Match. Ja. Kam halt raus, äh, war wie erwähnt schon nicht so over wie Kofi Kingston, was mich ein bisschen überrascht hat. Ähm, ja, sie sei nicht, ja, selber gesagt, dass sie jetzt nicht, äh, irgendwie die Stärkste oder Größte in der WWE ist, in der Frauendivision, aber sie war schon immer eine Kämpferin und hat halt gestern auch gegen zwei andere gewonnen und hat die, die Title unificated und, äh, ja, sie würde gern Ronda nochmal in die Fresse rauszuhauen und Charlotte wird wahrscheinlich von den Vince, von den, von den McMans jetzt einen Tag-Title geschenkt kriegen, weil sie die Singles-Titles nicht holen konnte und, äh, sie ist für jeden Contender bereit und von allen möglichen Contendern wird sie unterbrochen von Lacey Evans. Die kommt raus, äh, ge-catwalked und gibt einen Stairdown mit Becky und sie haut dann Becky auf die Fresse. Es gibt dann einen Brawl, die brawlen sich die Stage hoch und Becky nimmt sie in den Disarm her und Security unterbricht es und das war das. Das war shit. Also die Promo war okay, aber fucking Lacey Evans. Vor allen Dingen ist dann Lacey Evans halt auch, die wird ja jetzt gepusht und die macht dann hier ihr, die ist dann gegen die absolut Overstame-Roster, ist sie dann, ich sag mal, 50-50 zugange, ja, also in einem 50-50-Brawl, wo beide gleich gut aussahen, was eigentlich Bullshit ist, weil Becky wird richtig gut gepusht und alles und gewinnt den Main-Event, das wichtigste Match aller Zeiten der Damen-Division und ist Double-Champion und was weiß ich und die kriegt dann auf die Schnauze von Lacey Evans, die seit acht Wochen nur den Ring hoch und runterläuft. Ja, also die Promo hat mir, fand ich ganz nett, hat mir gefallen, wie gesagt, Becky haut dann auch einen neuen Cent raus, Becky Two Belts, wo die Crowd dann auch abgeht, Ronda Rousey und, oder Ronnie und Ricks Tochter geschultet hat, also ein bisschen gegen die beiden geschultet hat und letztendlich, äh, ja, auch gesagt, dass sie viel erreicht hat und, ja, Ronnie als Spinnerin bezeichnet und so weiter und schadet die Tag-Dinteile, ich dachte auch nur so, ach ja, Becky Lynch, ach, ich mag die, ich mag sie und gerade die Promo hat mir schon Spaß gemacht anzuhören. Ja, ich sag, okay, The Man, mal sehen, was sie als nächstes vorhat, wer wird ihre nächste Gegnerin sein und dann höre ich den Theme und ich dachte nur so, was zum Teufel. Und ich habe mir nur gedacht, geh einfach nur kurz hoch und dann wieder runter oder Becky Lynch schaut die einfach auf die Fresse und geht einfach und dann wartet und dann brawlen die sich. Ich denke nur so, oh, nee. Also. Es wurde aber später noch besser, also keine Angst. Ja, kann man sagen, aber auf jeden Fall, Becky Lynch mit zwei Titeln zu sehen, sieht einfach gut aus. Das haben wir schon bei WrestleMania gesagt, aber das fällt gerade natürlich bei Raw auf. Becky Lynch mit zwei Titeln sieht schick aus. Es wird announced, dass Dean Ambrose später sein letztes Match haben wird gegen Bobby Lashley, bevor er sich dann verzieht. Dann war Charlie mit Seth Rollins zugange. Das hört sich sexuell an, aber war es nicht. Wäre eine Aufwertung auf jeden Fall von der Show wahrscheinlich gewesen, wenn Charlie Caruso sexuell aktiv wäre. Seth Rollins hat halt über das Match geredet gegen Kofi und Kofi müsste eine A-Plus-Performance bringen, so wie gestern, sonst hat er gegen Rollins keine Chance. Ja. Oh. Genau. Ricochet und Alistair Black gegen Chad Gable und Bobby Roode. Die hatten ein ziemlich gutes Match. Ricochet gewinnt per Codebreaker. Ja. Finde ich nett, dass man dem einen neuen Finisher gibt, weil wenn er jetzt wöchentlich einen 6-30 springt, das ist auf die Dauer wahrscheinlich nicht so berauschend für seinen Rücken, Nacken, was auch immer. Und deshalb ging das klar, direkt nach dem Match hat dann Bobby Roode noch Ricochet attackiert, Alistair Black macht den Safe und Roode und Gable sind jetzt wohl hier geturnt. Ja, sie haben ja schon vor dem Match gesagt, dass sie jetzt immer mit Fährenmitteln gegriffen haben und jetzt aufhören und jetzt ihren Weg quasi eingehen. Und damit hat man quasi den Heelton eingeleitet. Aber Alistair Black und Ricochet haben gewonnen, wurden auch bei der Raw Card gut abgefeiert, was ich auch cool fand. Und ja, war ein gutes Match, hat mir Spaß gemacht anzuschauen. Eliza's Backstage, heute wird den niemanden unterbrechen. Bedeutet übersetzt, heute wird den mich für jemanden unterbrechen. Ja. Dann hatten wir eine Vignette mit einer Puppe, die aus einer Pappbox herausgesprungen kommt. Ich gehe mal davon aus, dass es Bray Wyatt sein soll, weil er sein Gimmick der Puppet Master ist. Nur man nimmt es gerade ein bisschen zu wörtlich. Keine Ahnung. Ja. Das hat gesackt. Ich weiß auch nicht, was das sollte. Also, ja, ich kann dazu nichts sagen. Ich habe das live gesehen. Das sind wie diese Kevin Owens Bowling Videos. Ja. Absolut sinnlos. Ja, ich denke nur so, okay, schön, jetzt sehe ich Kevin Owens, wie er privat lebt, aber das hat das mit der Show zu tun. Und, äh, ja. Kevin Owens übrigens, wo wir ihn auch bei Resume gar nicht gesehen haben. Kann man auch noch erwähnen. Richtig. Und, ja, dann hatten wir einen weiteren Mann, den wir bei WrestleMania gar nicht gesehen haben, denn es war Dean Ambrose am Start. Der ist gegen Bobby Lashley angetreten in seinem Abschiedsmatch, beziehungsweise, das Match fand nicht statt. Bobby Lashley hat gesagt, yo, Ambrose, wenn du nicht mehr da bist, kümmere ich mich um deine Frau. Ambrose war dementsprechend begeistert. Und die haben sich dann auch die Stage hochgebrollt, wie Lacey Evans und Becky Lynch zuvor. Nur, dieses Mal hat das Babyface auf die Fresse gekriegt und Bobby Lashley gibt Dean Ambrose zum Abschied nochmal so einen Yoranagi-Jokeslam durch den Kommener-Torntisch. Großartiger Abgang. Finde ich schade, dass Ambrose anscheinend dann so, ich sag mal, für ihn oder so einen unwürdigen Abgang bekommt. Ja, ich meine, als Raw auf Air gegangen, jetzt hat er ja noch was Cooles gekriegt, sag ich mal. Ähm, ich glaube immer noch dran, dass es stimmt, sag ich mal, weil Dean Ambrose ist halt, weil er halt schon ewig in der WWE ist, du kannst ihn halt irgendwo anders da nicht vorstellen. Ähm, aber ich meine, mit anderen hat es auch funktioniert. Ich meine, Pac ist ja jetzt auch in den Indies unterwegs. Und, mal gucken. Ich denke auf jeden Fall, dass Ambrose in den Indies geiler sein wird, wie in der WWE. Vielleicht sogar ein riesigen Star wird und dann wieder zurück in WWE zurückkommt. Das kann natürlich passieren. Ja, der kann das machen, was Drew McIntyre zum Beispiel gemacht hat. Man muss ja auch dazu sagen, dass René Young immer noch in der WWE bleibt. Und, ich sag mal, das kommt vielleicht jetzt nicht so rüber, aber das ist auch immer ein Faktor, sag ich jetzt mal, René Young. Und ich sag mal, dass er sagt, er will wieder in der Nähe von René Young sein, wird er wieder zusammenarbeiten, jetzt mehr Zeit verbringen in dem Sinne, weil ich sag mal, wenn man immer zusammenreist, hat man auch mehr Zeit zusammen. Wenn jetzt Ambrose ja nicht mehr bei Raw am Start ist, dann... Gut, ich sag mal, wobei René Young ja jetzt nicht den krassesten Schedule hat. Ja, ja, ich weiß, aber ich meine jetzt so, ich sag mal, es ist ja schon ein Unterschied, wenn man zusammen immer hinreist oder die ganzen Sachen macht oder jetzt sag mal, ich sag jetzt mal, ganz krass gesagt, René Young ist bei Raw in Chicago und Dean Ambrose ist jetzt bei New Japan am Start. Mal als Beispiel, ob das jetzt stimmt oder nicht. Ja gut, okay, das ist... Das wird nicht passieren. Nee, aber ich sag nur mal als Unterschied, wenn das mal so kommen würde. Aber, ich kann mir vorstellen, dass er irgendwann zurückkommen wird. Ich warte auch erstmal ab, dass wirklich so passieren wird, dass Ambrose jetzt gar nicht mehr an der WWE im Start ist, weil es irgendwie schon komisch ist, weil, wie gesagt, der ist jetzt schon seit sechs oder sieben Jahren am Start, war immer so ziemlich präsent in den Shows, also war jetzt nie so, dass er komplett irrelevant war. Ich glaub, der irrelevantste Push war jetzt, glaub ich, die letzten zwei Monate, wo er einfach irgendwie gefühlt jedes Mal geburriert wurde. Ja. Weil er eigentlich immer einen guten Run hatte, wie gesagt, bei der Shield einen starken Run, war dann US-Champion in der Zeit, war IC-Champion, war World-Champion, war Tag-Team-Champion, er hat ja alle Titel in der WWE gewonnen, er ist ein Triple Crown beziehungsweise auch ein Grand-Slam-Champion, also hat alles gewonnen bei der WWE so ziemlich und war eigentlich auch immer wieder präsent und wie gesagt, hat auch einen gewissen Beliebtheitsgrad, kann man ja auch so viel auch sagen und wie gesagt, zum Abschied hat er noch was gekriegt, aber schade, wie es die letzten zwei Monate mitgegangen ist, wie gesagt, der größte Moment war vielleicht der Shield-Sieg da bei Fastlane. Mojo Rawley schreit Backstage den Spiegel an, who gives a fuck, und dann kam der nächste, ja gut, beziehungsweise bei der Show der erste Return, Sami Zayn kam heraus, war over wie Sau, hat eine Open Challenge ausgesprochen, weil er einen freien Terminplan hat und der IC-Champion Fimbella hat angenommen, wo du hast, es dann ein IC-Title-Match gab, die hatten dann ein ziemlich gutes 12-Minuten-Match und Fimbella hat dann clean gewonnen, fantastisch, also Return für Sami Zayn. Ja, war ein gutes Match, hat Spaß gemacht, ja, war eine geile Ansetzung so ziemlich, das auch in einem IC-Title, da habe ich auch gedacht, okay, kann man mal machen. Natürlich sehr optimal, dass Sami Zayn seinen Comeback-Match direkt verliert, ist natürlich sehr gut für seinen Push oder für seine Darstellung. Ist dann natürlich auch Post-Match direkt Heel geturnt, hat dann seine Promo gecuttet, was für ein Toxic Environment, ja, die WWE sei, aber nicht wegen den Wrestlern und nicht wegen den McManns, sondern wegen den Fans und dass alle Fans Marx und Kritiker sind und Dave Meltzer und I am Heel now, lol. War auf jeden Fall eine gute Heel-Promo, die funktioniert hat, weil er wurde nämlich abgefeiert, als er gegangen ist. Erfolg. Sami Zayn, der Heel. Ja. Als Toxic Environment Savior. Ich glaube, der macht den neuen Big Show. Er ist als Heel gegangen, ist als Babyface gekommen für ein Match und ist dann wieder Heel geturnt. Und turnt dann wieder Face. Wahrscheinlich. Morgen wahrscheinlich wieder. Morgen wieder Face turnen. Dana Brooke war Backstage, hat Becky Lynch gratuliert, will ein Titelmatch. Fantastisch. Nächste Paper, dann Winner Takes All, Becky Lynch, Lacey Evans, Dana Brooke. Absolute Steigerung zum WrestleMania-Match. Und dann hat man die Elias-Promo. Elias kam raus, Standardkram, das, was man von ihm kennt. Dann hat er gesagt, ja, der Nächste, der jetzt rauskommt, ist ein toter Mann, ist ein Deadman. Und ja, damit hat er recht gehabt, denn der Undertaker kam raus. Ein Undertaker, der alt aussah, aber in guter Shape war. Big Boot, Jokeslam, Tombstone, den Free Count von der Crowd und der Taker ist wieder gegangen. Ja, also Elias, wo er auch ein bisschen John Cena geschootet hat, sag ich jetzt mal, war ganz nett. Und dann, als der Taker rauskam oder wie es ist, als ich mit Deadman gesprochen habe, da habe ich auch erst mal gedacht, kommt jetzt der Undertaker raus. Dann kommt der Gongschlag und ich bin komplett ausgewacht. Ich habe gesagt, geil, wir sehen den Taker. Vielleicht mit ein bisschen Verspätung, weil ich den gerne bei WrestleMania gesehen, aber dann bei der Post-Raw kommt dann raus, Entrance. War geil, wurde richtig abgefeiert, also hat einen Riesenpop bekommen, kann man sagen und Holy Shit Chance und alles. Ich habe auch gedacht, Holy Shit, was ist jetzt los? Taker, komm raus, guck dir nur so an. Sah auf, vom Gesicht her relativ alt, also, so, wenn ich das Gesicht angucke, da habe ich mir gedacht, oh, wirkt anders, sage ich jetzt mal, wenn ich ihn sein Gesicht anschaue. Aber trotzdem, in guter Verfassung, also, war ein guter Shape, er hat ja auch bei, ich meine, Instagram so vor zwei oder drei Wochen mal geäußert, dass er ein bisschen so gewichtmäßig abgenommen hat, dass er ein bisschen ernährungsmäßig umgestellt hat. Ja, und da sieht man den ersten Erfolg quasi. Ja, Big Boot, Chokeslam, Tombstone, sehr schön, sehr geiles Segment, war eins meiner Favorites des Abends, so, vielleicht mein Highlight des Abends, sage ich jetzt mal. Schön, wieder den Taker zu sehen und war auf jeden Fall ein geiler Moment. War ein geiles Segment. Und dann hatten wir zum Abschluss von Raw, Winner Take All, Kofi Kingston gegen Seth Rollins. Die haben für sieben Minuten gerasselt und dann kam The Bar raus und es kam zum DQ Finish und die Crowd war pisst und Seth Rollins hat gesagt, können wir verschieben Unification Match, ist ja nicht so wichtig. Machen wir ein Tag Match jetzt. Tag Team Match Player. Und dann gab es ein Tag Match. Das ging ungefähr acht Minuten. Keiner gab einen Fuck. Beachballs, Bullshit Chance, AEW Chance, Rollins und Kofi Kingston gewinnen, Fistbump und die fucking Show ist vorbei. Das war ein absoluter Desaster im Main Event. Das war auch das, was eigentlich die Show gekillt hat. Bis dahin war es, fand ich die Show, bis dahin war die absolut in Ordnung. Es gab kein riesen Bullshit. Also die ganzen Sachen, womit man jetzt hingeht, Lacey Evans oder so, als Contender brauche ich nett, aber wie man es gemacht hat, war in Ordnung, war okay. Also es gab bis dahin jetzt nichts, wo ich sage, boah, das war scheiße. Aber das war scheiße. Der Main Event hat derbe gesagt. Ja, das hat die Stimmung, wie gesagt, komplett gekillt. Also wie gesagt, ich habe gedacht, oh, die Raw-Ausgabe war spaßig, war gut, war schön anzuschauen. Matchmäßig auch interessant, war für sieben Minuten gar nicht schlecht, fand ich. Auch wenn die nie richtig in Fahrt kamen, aber war ja auch klar, weil die auch angefangen haben. Und dann als The Bar rauskam, wo ich aber auch erst mal denke, warum kommt erst mal The Bar raus? Weil die von Smackdown sind und dann bei Smackdown tauchen die bei Raw einfach auf, wo ich auch denke, hä? Also wenn da jetzt eine Undispeed Era reingegangen ist oder wenn jetzt Revival oder was auch immer, wäre vom Eingriffen her besser gewesen, aber so, dass The Bar rauskam, war das mal komplett random und das überhaupt Eingriffen. Also wie man es gemacht hat, war richtig schlecht. Und dann sage ich auch, Matchverschiebe machen wir ein Tag Team Match, wo man auch sagen kann, sauscheiße. Match war in Ordnung, so war das Tag Team Match, aber von der Qualität her, aber wie gesagt, die Crowd hat da wenig darauf gegeben, also wie gesagt, dass sie Bullshit chänden und ein bisschen so Chants raushauen, finde ich in Ordnung, kann man machen. Die Beachball-Geschichte finde ich bescheuert, das ist egal, was da für eine Scheiße passiert ist, aber ich sehe es anders, dass man das nett machen muss und komplette Bullshit finde ich auch von der Crowd, dass sie so einen Kack machen. Wenn die Bullshit chänden oder das ist boring oder das ist awful oder was auch immer, das ist okay, sehe ich auch ein, das würde ich auch mitschänden, aber so diese Beachball-Sache finde ich halt bescheuert und einfach nur dumm von der Crowd. Und ja, wie gesagt, der Main Event war trotzdem ein Desaster, also wie gesagt, das Booking war nicht gut, die Crowd hat es auch nicht mit den Beachballs besser gemacht, von daher, ja, war der Main Event letztendlich ein Desaster. Kann man so viel sagen. Also, da ist nicht sehr viel gelungen in dem Sinne, also da hat man nicht viel nachgedacht. Wie gesagt, ich habe so gedacht, ah, was ist dahin, oh, ordentlich Raw, gutes Start, gutes Booking, interessante Sachen, was man reingebracht hat, ähm, sehr coole Sachen, ähm, ein paar Überraschungen, wie gesagt, mit dem Take-On und so weiter und dann kommt halt so ein Main Event, wo man auch denkt, wieso? Und da denke ich mir auch noch so, es war von, klar, der Opening war cool, war super, aber wenn man so überlegt, was im Nachhinein passiert, das war natürlich am Ende so, halt wacky, wenn man überlegt, okay, man hätte einfach diese Winner-Tags-All-Sache gar nicht machen sollen. Dass sie einfach ein ganz normales Singles-Match haben, wo sie sagen, komm, man macht mal ein Champion-gegen-Champion-Match, der bessere gewinnt halt und so weiter und dann, wenn da ein Eingriff passiert, wäre es jetzt so schlimm gewesen, wie jetzt, wenn man da wirklich ein Winner-Tags-All-Match macht. Oder du machst ein Winner-Tags-All und lässt einfach jemand Gescheites debütieren. Also ich glaube, wenn die Undisputed-Error gekommen wäre, wäre keiner pisst gewesen. Das stimmt, wenn die Undisputed-Error gekommen wäre, wäre es nicht so schlimm gewesen. Also da, äh, hätte man was Gutes machen können, aber, so in der Art, wie die das gemacht haben, das war einfach, dämlich. Und gerade, äh, man hat auch schon gedacht, und es gab ja auch so viele Andeutungen, letztendlich, dass das nicht passiert. Es gab diese Promo-Clip bei SmackDown, wo man sagen konnte, okay, die werden die Titel nicht, äh, Go-Fakings wird sie den Titel nicht verlieren. Man hat nächste Woche den Shake-Up gemacht. Also das heißt, es wird sowieso keine Title-Unification geben, dass man nicht sagen wird, okay, der Champion wird jetzt bei Raw und SmackDown auftreten. Das wird die WWE nicht machen. Also wenn ein Universal Champion und ein WWE Champion haben, quasi so, einer bei Raw und einer bei SmackDown in dem Sinne. Ähm, von daher, ja, ist es natürlich bescheuert, wie man das gemacht hat. Und, ähm, war nicht gut durchdacht. Man hat was Großes angekündigt, um einen großen Hype dazu zu führen, aber man hat letztendlich damit sehr stark enttäuscht. Ja. Also schade, weil, ich sag mal, wenn man dieses Winner-Text auch rausgelassen hätte und das so in der Art gemacht hätte, wäre es, glaube ich, nicht so schlimm gewesen. Ja, war halt mal wieder WWE Booking. Klassik. Stunde eins announcen wir irgendwas und Stunde drei denken wir dann erst drüber nach, was wir gemacht haben und fuck, wir sind ja jetzt in der Ecke gebuckt. Ja, die haben sich damit in die Sackkasse gebucht. Das muss man schon sagen. die haben sich eigentlich in so einer Situation gebucht, wo man sagen kann, irgendwie ziehen das durch, dann wäre es echt blöd gewesen. Oder man hat halt, äh, sowas in dem Sinne. Also, zwei Wege, die man geführt hat und deswegen war es schon, ja, schade. Schade, dass man sowas gemacht hat und dass WWE da wieder was groß ankündigte und wieder was versaut hat. Vielleicht machen die bei SmackDown weiter mit einem Winner-Tags-All-Match. Also, sagen wir mal jetzt, äh, Samoa Joe gegen Finn Balor, Winner-Tags-All. Und dann kommt, äh, wer kommt dann raus? Dann kommt Chinna Mahal raus und attackiert die beiden. Die Colognes. Die Colognes, noch besser. Äh, um die Relevanz ein bisschen zu schrumpfen. Also, war nicht durchdacht. Fazit ist dann, dass es eine solide Show war und dass der Main Event die Show runtergezogen hat. Ähm, und deshalb würde ich so wahrscheinlich fünf von zehn geben. War halt da. War halt eine Raw. Ja, fünf bis sechs würde ich geben. Also, wenn jetzt dieser, dieser Bullshit-Main Event nicht passiert wäre, hätte ich da mehr gegeben. Hätte ich gesagt, wäre eine gute Ausgabe gewesen. Äh, für eine Post-Raw natürlich ein bisschen wenig, sag ich jetzt mal. Aber für eine Raw-Ausgabe war es okay. War gut eigentlich. Bis zum Main Event hat es mir alles ein bisschen gekillt und ein bisschen runtergesetzt. Und, ja, schade, was man mit der Raw letztendlich gemacht hat. Was ich vergessen habe zu fragen, was ich noch ansprechen wollte, ist, Becky Lynch hat jetzt beide Titel. Was meinst du, worauf es jetzt hinausläuft? Wird Becky Lynch beide Titel behalten? Wird sie einen abgeben? Was meinst du, wie es jetzt da in der Sache weitergeht? Weil wir darüber weder in der WrestleMania-Ausgabe noch zu Becky Lynch Segment was gesagt haben. Es wird announced, dass sie nächste Woche im Superstar Shake-Up die Möglichkeit hat, sich auszusuchen, welchen Brand sie nimmt. Und je nachdem, welchen Brand sie nimmt, muss er halt den anderen Titel vakantieren. Meinst du, dass es dann bei SmackDown da ein Announcement geben wird? Ja, bei SmackDown oder halt nächste Woche. Ich glaube auch nicht, dass Becky Lynch jetzt weiterhin Double-Championist bleiben wird. Das glaube ich nicht auf Dauer, dass sie jetzt wirklich in beiden Divisions am Start ist. Also erstmal darf sie in beiden Divisions am Start sein. Also sie darf sowohl bei Raw als auch bei SmackDown auftreten. Aber ich denke, dass es hinauslaufen wird, dass sie bei einer Division bleiben wird. Die Frage ist halt, bei welcher? Ja, weil es wird nicht funktionieren. Also ein Titel mit so einem riesen Frauen-Roster funktioniert nicht. Ich meine, du kannst ein paar natürlich in der Tag-Team-Division parken, klar. Aber du kannst jetzt auch nicht jeden Pay-Per-View irgendwelche 4-Way-Tag-Team-Matches bringen, weil sonst bist du halt wie bei Wrestlemania, dass du halt wieder jeder unterbringen willst. Und deshalb musst du halt zwei Frauen-Titel haben, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Und wenn du einen Titel dann vakantierst, dann gehst du halt dem aus dem Weg, dass Becky Lynch halt den Titel verlieren muss. Da kannst du halt einfach sagen, okay, vakantiert, fertig, aus. Die hat den Titel nicht verloren. Ja, so wie bei Paige halt, dass sie den NXT-Titel nicht verlieren musste damals, also die war, den NXT-Women's-Titel nicht verlieren musste damals. Oder wie bei Brock Lesnar. Ah, wo dann der World Heavyweight-Title rauskam, meinst du das, oder? Ja. Genau, ja, ja, das meinst du, ja, ich wollte schon sagen, er hat ja gar nicht zwei Titel gehabt. Das meinte ich. Ja, genau, dass man so Sachen macht, dass man so Becky Lynch nicht killt, weil ich denke mal, man soll die, oder ich finde, man soll sie schon ein bisschen Champions behalten. Und ich sage mal, wenn man jetzt einen Fehler mit Charlotte plant und Charlotte auch das Wasser nicht wechselt, kann ich mir vorstellen, dass sie bei SmackDown bleibt. Obwohl sie schon bei SmackDown eigentlich schon alles gemacht hat. Mehr oder weniger. Also sie hat ja schon alles gerasselt, wirklich jeden besiegt, aber die kann von mir auch bei SmackDown bleiben. Oder sie geht halt bei Raw. Ist halt die Frage, was man mit ihr macht. Ich bin mir nicht sicher, bei welchem Roster sie bleiben wird. Raw. Meinst du Raw? Ja. Ah, ich weiß noch nicht. Oh, ich sage jetzt einfach mal SmackDown, weil du Raw gesagt hast. Weil Raw keine Star-Power hat. Ronald Rousey ist weg. Ja, das stimmt. Und Banks und Bayley sind in der Tag Team-Division. Naya Jax und Tamina theoretisch auch. Und dann hast du dann bei Raw um den Titel Dana Brock und Lacey Evans. Ja, sind die größten Stars. Ich meine, dem kannst du natürlich entgegenwirken mit dem Draft, aber momentaner Stand, wäre sie auf jeden Fall bei Raw besser aufgehoben. Ja, von der Star-Power ja. Kann man sagen. Von der Star-Power ja. Für die Fans nett. Weil dann hast du nämlich regelmäßig Becky Lynch gegen Lacey Evans und gegen Dana Brock. Will ich nicht unbedingt. Dann will ich sie lieber bei SmackDown haben. Quasi. Ja, man hat ja auch natürlich auch bei das vergisst man auch sehr schnell, wenn man bei der Roll to WrestleMania sieht, dass dann wirklich die drei größten Namen bei Raw abgesehen von Ronda Rousey zwei SmackDown-Stars waren. Mehr oder weniger, weil sonst war da kein großer Name am Start. Banks and Bailey, wie gesagt, Tag Team Division. Und Ronda Rousey als Champion ist, ja, war am Start, aber sonst eigentlich kommt da meilenweit keiner dran. Alles an Becky Lynch oder an Charlotte, wie gesagt, SmackDown-Leute. Riot Squad, wie gesagt, kommt da nicht dran. Natalia nicht. Von daher ist es schon mal interessant zu wissen oder auch mal nachzudenken, wenn man überlegt, dass die drei größten Namen bei der Raw, also während dem Auffall von Raw, zwei SmackDown-Leute am Start waren. Aber auf jeden Fall interessant, also wie gesagt, bei SmackDown-Leute wird man denke ich mal mehr wissen, was da passieren wird und wie gesagt, mal sehen, was der Shake-Up so mitbringen wird. Ob da gute Wechsel passieren wird, ob da eher ein Wechsel passieren wird, wo man denkt, warum macht man das? Beziehungsweise ob da vielleicht sich ein gutes Roster ergibt, obwohl man sagen muss, nur weil es ein gutes Roster ergeben wird, heißt es, solange ich, dass da ein gutes Booking herrache. Wenn ich überlege, dass SmackDown-Leute die letzten zwei Jahre eigentlich ein sehr, sehr starkes Roster hatte und von ihren Möglichkeiten her schon unter ihren Erwartungen geblieben sind. Kann man so festhalten. Gut, willst du noch was abschließend zu Raw sagen? Nee. Gut, dann möchte ich noch eine Sache noch angeben und zwar, ihr habt ja schon gemerkt, in der Vergangenheit haben wir jetzt nicht regelmäßig Raw-Ausgaben gemacht, was daran liegt, dass wir dann immer nicht so die Zeit hatten beziehungsweise auch die Ausgaben nicht ganz so entsprechend waren, haben aber jetzt auch jetzt nicht so den Gedanken, jetzt wirklich das einzustellen, quasi, dass wir sagen, wir hören jetzt auf mit Raw und SmackDown-Reviews, weil wir es schon quasi immer wieder gerne machen würden, wie jetzt zum Beispiel über Raw After Mania oder wenn es halt wirklich einen Anlass gibt, wo man sagen kann, es gibt viel Gesprächsbedarf und auch große Sachen, die passierten, die wir unbedingt an der Ausgabe sprechen wollen. Deswegen haben wir uns überlegt beziehungsweise haben wir uns mal Gedanken gemacht, was wir da machen und haben dann so quasi eine Art Wochenrückblick geplant. Quasi, dass wir dann immer so Samstag, Sonntag quasi dann Raw und SmackDown recappen, dass wir dann, ja, quasi die Ausgabe dann quasi in dem Sinne besprechen, einmal in der Woche und dann auch immer wieder, wenn jetzt zum Beispiel in unter der Woche was passiert ist, zum Beispiel jetzt am NXT oder irgendein Announcement, was jetzt richtungsweise, oder eine News, die jetzt rumgesprochen hat, die jetzt groß wurde, dass wir solche Sachen ansprechen, eine Art Wochenrückblick, aber wenn jetzt zum Beispiel SmackDown richtig gut ist, wo wir darüber sprechen wollen, werden wir natürlich auch so einzelne Ausgaben machen, aber jetzt mal so der Stand der Dinge, weil wir jetzt eigentlich immer wieder überlegt haben, okay, wir gehen jetzt weiter, weil wir jetzt, wie gesagt, diese Ausgaben jetzt nicht einstellen wollen, aber trotzdem schon Gedanken machen wollten, wie wir dann in der Zukunft weitergehen wollten, weil, ja, es gibt ja immer wieder ein bisschen Gesprächsbedarf, aber in der Art Wochenrückblick ist ja, denke ich mal, eine gute Idee. Kann man so festhalten. Nur damit ihr Bescheid wisst, wie gesagt, diese Woche wird es noch nicht passieren, aber ab der nächsten Woche wird es dann quasi so Samstag, Sonntag so in dem Bereich immer so eine Art Wochenrückblick kommen, wo wir dann quasi über Raw und SmackDown ein bisschen sprechen werden und auch immer wieder um News-Team geht. Wenn ihr auch Fragen habt oder wenn ihr Themenvorschläge habt, könnt ihr es auch immer wieder gerne in den Kommentaren schreiben, dann würden wir es auch gerne beantworten oder auch dazu auch was sagen oder auch besprechen. Genau, dann würde ich sagen, schreibt eure Meinung zu dieser Ausgabe gerne in die Kommentare und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao. 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 Das war's. Das war's.